gibt es da kein video jetzt dazu ich habe mich so gefreut auf das video was hat der bonus davon trailer gepostet auf instagram menschen kinder da habe ich mich so drauf gefreut ich hatte jetzt richtig schön bock noch mal so ein bisschen bis sie was wackeln zu sehen und so mensch das ist aber schade ist eine cover sehen echt immer aus wie früher von masterpiece cash money bird man lil weasy diese cover von früher ich schwör dir juvenile dass sie denn diese cover sehen immer so krass uns gut aus hier kommen wir so ich schwör dir die cover sehen immer so aus den hund da weg es bewegt sich wenigstens ein bisschen was okay jetzt ist auch von timberland und mague gesampelt mague rest in peace ich habe gehört er ist gestorben für alle die das jetzt auf youtube sehen ich habe mein alt bewährtes nostalgisches bewertungssystem wieder da ich werde jede zeile die mir gefällt jeder reim der mir gefällt jeder flow der mir gefällt jeder booty der mir gefällt alles was mir gefällt frei schnauze raus bewerten mit einem punkt wenn mir was nicht gefällt werde ich auch punkte abziehen nur damit ihr bescheid wisst wir haben heute schon auf acht leute reaktet und die punkte sind teilweise ausgeblieben wie hundemäule aus manche sind aber auch ganz schön die haben ganz schön abgesahnt wie gute konnte rein und jetzt schauen wir mal was ja ich finde seine stimme ein bisschen bisschen tief wie der gewünscht bewürftiger aber ich bin ein freund davon von 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 der art wie er wie er flowt ich finde bones ist sowieso voll der krasse flower und auch ich habe es nie so auf dem schirm gehabt aber er reimt auch ganz cool so in dem fall er nimmt vier zeilen direkt vier reime durch babab ab haufenrein bumm zieht die letzte vierte die letzte vierte zeile vor und ersetzte mit dem ha 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 hat live finde ich schön das war jetzt die warte die hochkehrs oder was ich finde irgendwie kraft irgendwie komme ich gerade schwer rein digger wie durch eine zu enge tür sei denn die leisten sind eingebuttert komplett nix im kopf aber lichter im pool bei uns immer auf der jagd nach honig wie der puber ok ich habe ja immer die hoffnung wenn ich gut reagieren und den ein oder anderen lockern spruch er ist ja auf der jagd nach honig wenn ich im honig ins maul schmier habe ich ja die chance durchaus in der wundervollen bounce mc story zu landen auf instagram aber ich muss leider sagen dass mir das hier bis jetzt finde ich irgendwie irgendwie nicht rund auch irgendwie überladen es ist eine sehr überladene nummer ich weiß gar nicht wo ich hinhören soll ein leben zwischen sportwagen und segelschiffen gibt der mädel einen kopf weil ich nicht jede füge sportwagen und segel sportwagen und segelschiffe gibt ein mädchen einen kopf weil ich nicht jede also jetzt mal ganz ehrlich ist doch todesunsauber aufgenommen oder meine alte wird nicht alt wegen das ist halt zeile auf zeile gereimt ist auf zeile zeit so mehr oder weniger wirklich brutale verständigungsprobleme hier hundepfoten hundepfoten die hunde da weg bronco lass die hunde los hundepfoten muss direkt an evi denken an ev scorpion who's dead girl aber die hat natürlich katzenpfoten also es ist für mich es ist todesunsauber es ist auch voll unsauber von den doubles aufgenommen es ist irgendwie für mich total überladen so auch von der mische her ich hab heute nichts mehr zu tun außer rumzuposen häng auf den sechellen und wechsel gelb wie meine unterhose ich hab heute nichts mehr zu tun außer rumzuposen häng auf den sechellen und wechsel gelb wie meine unterhose dann nehme ich jetzt ausnahmsweise blaue ich höre der flow aber ich gehe das stückchen zu fuß sie schickt mir nutz ich bestell pizza und gut schön vorgezogene reihen mag ich den flow ich frage mich war das die hook jetzt hatte das schon mal gesagt oder wisst ihr an was ich die ganze zeit denke wieder mal wieder mal muss man sagen es ist es nett aber ich denke trotzdem dran der hypnotisiert mich grad dieser beat der song ist für mich irgendwie zu hingeschissen so der klingt richtig so richtig einfach mal kurz hingeschissen und das war es auch schon wieder oh oh das war leider nicht so gut das ist also für mich und meinen geschmack und meine ohren meine augen sorry aber damit kriegst du mich diesmal nicht nein damit kriegst du mich nicht nein das möchte ich nicht Punkte vier Punkte vier Punkte vier Punkte vier Punkte vier Ah de Untertitelung des ZDF, 2020